hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zum heutigen video nachdem euch das letzte video von dem wir kaufen das erste pferd das blablabla so gut gefallen hat und ich muss sagen ich hatte auch meinen spaß daran trotz der ganzen netzi dramas und sso dramas die wir da hatten habe ich mich entschlossen ich mache heute direkt wieder so ein video und wie ihr seht ja die ja sie sind ein bisschen traurig aber es reicht immer noch ich habe euch gefragt ob ihr ideen habt was ich als nächstes für eine kauf challenge machen soll und dieses mal haben tatsächlich nur ein paar leute geschrieben aber trotzdem natürlich ideen gedroppt und wir nehmen folgende idee und zwar hat die feline eventen keine ahnung ob ich das richtig ausspreche geschrieben das erste pferd mit einer gelben schabracke musst du kaufen hier noch das kommentar tada und das ist auch unsere heutige mission wir gehen auf die suche nach einem pferd mit gelber schabracke und werden das dann kaufen ich würde sagen wir labern gar nicht weiter rum sondern starten direkt mit der challenge so leute let's go die reise beginnt wir sind hier irgendwo in epona wie ihr seht da ist der sumpf ich weiß nicht wie wir hierhin gelangt sind aber wir sind hier und keine ahnung ich habe bis jetzt noch keinen menschen gesehen ich glaube wir müssen erstmal so ein bisschen in bewohntere gebiete aber wir wollen es ja nicht langweilig machen und immer bei steve anfangen deshalb gehen wir jetzt hier oben so ein bisschen nach new hillcrest weil ich glaube da sieht es schon ein bisschen besser aus was die leute betrifft ich habe mich entschlossen dass ich auch heute wieder one cut machen werde das heißt im schlimmsten fall verschneller ich es euch falls es irgendwie viel zu lange dauert aber ich will auch dass es möglichst realistisch ist und dass ich hier keine cuts einbaue und ihr wirklich seht dass ich tatsächlich dann das erste pferd kaufe mit einer gelben schabracke es ist halt die frage ob npcs dabei zählen ich habe keine ahnung warum stehen hier eigentlich keine pferde leicht random ich habe es jetzt noch niemanden gesehen wo sind denn alle leute hin oh mein gott ich glaube wir müssen doch irgendwo anders hinfahren hier ist einfach gar kein mensch ich habe das gefühl ich bin einfach immer online wenn niemand anderes da ist ich würde sagen wir gehen jetzt mal nach unten schauen und dann fahren wir doch mal in etwas ja ein etwas bewohnteres gebiet keine ahnung ein gebiet wo vielleicht mal ein paar leute online sind weil ohne eine person zu sehen könnte schwierig werden auch hier einfach gar kein mensch anwesend oh mein gott wo sind die alle wieso ist hier keiner online also so als vergleich für euch ist es einfach halb zwei am tag okay vielleicht sind noch paar leute in der schule aber halb zwei ist jetzt nicht so erste person schabracke ist nicht gelb aber egal wir sind schon mal ein bisschen näher dran ich würde sagen wir starten ganz entspannt diesmal in fort pinta damit es nicht allzu langweilig ist und schauen ob da irgendjemand ist mit einem pferd und gelber schabracke ich habe doch langsam das gefühl dass die challenge eine weile dauern könnte aber egal wir haben uns ja gestellt und wir gehen noch auf die suche bis wir jemanden sehen oh gott hier ist es auch ziemlich leer aber da sind zumindest zwei leute absolut keine gelbe schabracke wir haben eine schwarze schabracke und eine weiße okay well wenigstens waren hier menschen das ist schon mal sehr gut dann haben wir hier die nächste person naja als ein gelbes herz drauf ist aber eine blaue schabracke an sich hier geht es weiter und braun und pink oh mein gott ich glaube das könnte echt schwierig werden ja leute da rennt noch jemand mit seinem pferd rum sieht schlecht aus okay ich würde sagen dann gehen wir weiter zum guten alten moorland weil da ist doch auch immer relativ viel los und von da ab reiten wir dann in richtung silverglades tief weil ihr wisst dort ist einfach immer das meiste wenn es so mal lädt oh mein gott ich habe jetzt schon wieder netzi ich weiß auch nicht was abgeht aber der transporter funktioniert nicht jetzt ein jahr später und ich liebe es einfach so hängt bei mir in letzter zeit so sehr und ich weiß einfach nicht wieso ist das so nervig aber egal man muss positiv bleiben so wir sind hier und die suche geht weiter schön die augen offen halten hier haben wir eine weiße schabracke weiße schabracke aber zumindest sind hier einige leute pinkes schabracke gott ich glaube es wird echt richtig schwer was hat sie das ist braun ich habe kurz hoffnung hier steht noch jemand leute das ist ja mal übel die schwierige challenge die ist grün ich glaube das wird echt 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 schwer oh mein gott okay also hier ist niemand mit gelber schabracke niemand 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 sie hat gar keine schabracke hat mir noch kurz hier durch dann geht es noch silverglade leute ey das wird glaube ich die längste challenge meines lebens das ist ja ultra schwer ich dachte wir finden da direkt jemand und es wird voll langweilig okay wir reiten jetzt einfach mal hinterher und hoffen wie wisst ihr was wir gehen zu dem sso geburtstag da sieht es glaube ich ganz gut aus vielleicht sind auch ein paar leute die ein bisschen bunter angezogen sind als die meisten hier mit weißen oder schwarzen schabracke leute parade einfach dass wir jetzt irgendwas finden das dauert einfach so ultra lang okay 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 sie hier gar keine schabracke hier ist ja fast nichts los auf jeden fall nicht gelb manchmal kann ich gar nicht so gut sehen ja natürlich die zählen nicht hier ist einfach gar niemand auf dem sso geburtstag richtig traurig aber jo npc zählt nicht hier unten ja hätte was werden können aber nein es ist rot und nichts leute ich kann einfach nicht mehr hier sind einfach keine leute mit mit gelber schabracke vielleicht zieht sie sich um nee ist einfach grau okay dann geht's ab nach silverglade und die hoffnung stirbt zuletzt leute dass wir irgendwas finden ich will die ganze zeit schon pause drücken was ist ja ultra langweilig wie ich hier rumrenne und schabracken suche ja 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, Leute, ich glaube es einfach nicht. Ich habe jetzt aber eine halbe Stunde gesucht, Leute, um eine Person zu finden mit gelber Schabrake. Und ich habe die Hoffnung wirklich schon fast aufgegeben. Es ist so belastend. Oh mein Gott, Leute, ich hätte nie gedacht, dass es so schwer ist, diese Challenge irgendwie zu erfüllen. Ich hätte schon gar keine Lust mehr und dachte mir, ich breche ab. Ich wechsle Server. Ich warte bis ein Championat ist oder irgendwas in die Richtung. Aber Leute, wir haben es geschafft. Wir haben unser Pferd. Es ist dieses Pferd, das wir kaufen müssen. Ich habe direkt ein Bild gemacht, damit die mir nicht davon reitet. Und ich muss leider sagen, ich habe dieses Pferd schon. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich es auf diesem Account schon habe. Jetzt ziehe ich schon wieder weg. Danke an der Stelle. Tschüss. Schön, dass du da warst. Wir müssen ganz kurz schauen, ob ich das Pferd auf dem Account hier habe. Aber ich glaube, es steht fest, welches Pferd wir kaufen müssen. Ich bin einfach nur dankbar, egal welches Pferd es ist. Weil es war unfassbar anstrengend gerade. Und plötzlich sind hier auch mehr Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es ist gefühlt gar niemand in SSO online. Ich glaube, es hat gar keiner Bock mehr. Was ist das bitte gewesen? Da war einfach kein Mensch. Die gute Nachricht ist aber, dass wir auf diesem Account gar kein friesisches Sportpferd haben. Und das heißt, wir können es bedenkenlos kaufen. Außer natürlich, dass wir Star Coins ausgeben werden. Aber egal. Ich habe irgendwie hier immer das Glück, Füchse zu kaufen. Ich weiß auch nicht, wieso. Wir flitzen da jetzt einfach schnell hin und freuen uns, dass es so ein schönes Pferd geworden ist. Und wir nennen ihn mittlerweile heute Jorwegischer Friese. Den gibt es beim Jorweg-Stahl. Nur leider kostet er einfach 950 Kack Star Coins. Leute, ich kann nicht mehr. Ich habe übrigens fast keine Jorweg-Schillige mehr. Also an der Stelle ganz kurz. Ganz viel Glück an mich. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen leveln. Erstmal teuerstes Pferd. Ein erstes Ohr gefühlt, rausgesucht. Aber gut. Ganz egal. Wir gehen da jetzt hin. Und hier sind sie auch schon, die wunderbaren Tiere. Ja, ich glaube, es gibt gar nicht so viel, so zu sagen. Dieses Pferd hier wird bei uns einziehen. Und ich muss sagen, ich habe, glaube ich, schon alle Farben. Außer, ja, die mit Flecken und Schecken. Das weiße habe ich mega schön. Und auch diese schwarze, als auch diese schwarze habe ich beide. Das hier habe ich nicht. Also Flecken und Schecken, die ziehen wir mir nicht so oft ein. Aber ist auch ganz süß. Stattdessen wird es der hier, den ich auf dem anderen Account schon habe. Heißt, es ist ein Doppelkauf. Aber egal, auf dem Account habe ich ihn noch nicht. Deshalb zieht er trotzdem ein. 950 Star Coins. Einfach teuerstes in SSO, was geht. Aber ganz egal. Mähne, glaube ich, lassen wir sogar so. Oh Gott, das sieht schrecklich aus. Ne. Wir lassen die Mähne so. Oh Gott, was ist damit passiert? Lang und schön. Und ich würde sagen, wir rüsten uns natürlich auch dann in gelber Schabracke aus. Personalisieren. Name von dem Pferd konnte ich jetzt leider nicht sehen. Weil ich habe einfach nur ein Bild gemacht. Stattdessen suchen wir uns einfach einen Namen aus. Und ich dachte irgendwie als Gag, ne? Nicht jetzt einfach Yellow. Weil offensichtlich, ich glaube, es macht Sinn. Ich muss es euch nicht erklären, wieso. Und es wird ein Hengst und ein Erwachsener. So, wir kaufen jetzt einfach, Leute. Kaufen? Ja. Uh, 1000 Star Coins. Ciao. Ich würde sagen, direkt jetzt reiten. So. Perfekt, Leute. Und dann ab in den Heimatstall. Der Kauf hat geklappt. Die Star Coins, wie ihr seht, ja. Sieht nicht so rosig aus. Aber egal. Wir haben jetzt unser Pferd. Und es ist auf jeden Fall auch ein schönes Pferd. Sonst halte ich es ja nicht schön auf einem anderen Account. Wir suchen uns jetzt ein gelbes Outfit. Und dann zeige ich euch natürlich mal wieder die Gangarten und alles, was dazu gehört. Ich habe auf dem Account einfach gar keine gelbe Schabracke. Deshalb kaufen wir die jetzt einfach ein. So, Leute. Und wir haben unser Outfit. Das ist ein Basic Outfit in braun und gelb. Ich muss jetzt auch ganz kurz noch meine Charakteränderung machen. Die habe ich nämlich auf dem Account noch gar nicht gemacht. Und leider kann ja diese Pferdrasse nicht alles tragen, was so die neue Ausrüstung angeht. Aber wir werden trotzdem ganz kurz noch unser Aussehen ändern, weil das haben wir noch nicht gemacht. So, und Aussehen ist verändert. Wir werden das direkt so nehmen. Und ja, ich habe eigentlich fast nichts verändert. Nur Augenbraue und Körperform. Und jetzt schauen wir uns das Pferd mal im Komplettpaket an. Ab nach draußen, doch hier. So, Yellow ist jetzt auch hier mit uns am Start. Ich muss sagen, ich finde das Outfit so an sich eigentlich ganz gelungen. Nur wie der Charakter auf dem Pferd sitzt, finde ich sehr interessant. Aber okay, schauen wir einfach mal. Wir müssen auch kurz unser Pferd pflegen, weil wie ihr seht, kann man wieder nicht in den schnellen Galopp. Oh mein Gott. Und dann zeige ich euch mal die Gangarten und alles. Und schon Level Up. So, den Tipp von euch mit dem Putzen, das war übrigens ein Megatipp. Vielen Dank an der Stelle. Jetzt kann ich immer auch die richtigen Gangarten zeigen. Und wir schauen uns das jetzt einfach mal ganz kurz so an. Ich meine, wir kennen ja unsere Jovikischen Friese. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Pferd. Was auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen Glück war, dass ich immer gute Pferde bekomme, habe ich so das Gefühl. Also ich hatte noch nie eins, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich finde das richtig hässlich. Ich finde aber auch an den meisten Pferden was Gutes. Also die Fräsen sind dann einfach toll für die SSO-Dressur. Und da ist der braune auch eigentlich wirklich süß. Es gibt mir so ein bisschen Old SSO-Vibes. Ich weiß auch nicht, wieso. Und für alle, die Bock haben, zeige ich nochmal die ganzen Gangarten jetzt zum Abschluss. Für den ganzen Rest würde ich sagen, ihr Lieben, verabschiede ich mich schon mal. Und bevor ihr aber geht, schreibt unbedingt, falls ihr Lust habt, in die Kommentare, was ich als nächstes für eine Pferdekauf-Such-Challenge machen soll. Ich bin gerade ein bisschen im Challenge-Fieber. Und wenn ihr Ideen habt, wünsche ab in die Kommentare. Vielleicht seid ihr der nächste Kommentar, dem ich dann im nächsten Video folge. An den Rest viel Spaß und sonst ciao ihr Lieben und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Jetzt kommen noch die Gangarten. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.